hallo liebe leute ich begrüße euch wieder auf meinem kanal schön dass ihr wieder da seid ich möchte euch heute mal zeigen wie man die klingeltaste bei einem tastmodul ab reihe 600 also 611 bzw btm 650 oder btm 612 reparieren kann wenn der kontakt probleme macht und zwar ist das so angenommen die klinge geht nicht ich habe das ja schon mal beschrieben in einem anderen video da gibt es die verschiedenen möglichkeiten mal nachzugucken unter anderem ist ist die möglichkeit dabei wenn man drückt muss es ja diesen hörbaren klick geben und wenn es das nicht mehr tut ich habe das jetzt jemand manipuliert dann hört man nichts mehr und die klingel geht nicht mehr in dem fall ist innen drin was kaputt und zwar zeige ich euch das jetzt mal hier man muss das tasten modul rausnehmen dazu schaut bitte das video wie man die vario 611 oder 650 öffnet mit dem schlüssel nehmt das tasten wo du also nach vorne das hängt ja dann sowieso noch am kabel kann ich runterfallen und legt euch unter die sprecheinlage entweder nehmt es komplett ab das ist mit rein nimmt auf den tisch oder ihr müsst draußen irgendwas unterlegen wenn zum beispiel steiniger boden ist oder krass denn wenn man das jetzt hier auf macht ich mache das einfach so mit mit den fingern dann ist innen drin so ein sein plastik dings so und da kann es sein dass dieses ich zeige es mal näher dieses dinge das gibt es in weiß transparent und schwarz gebrochen ist und zwar ist normalerweise bei diesem tasten modul das ding so hier drin moment so und das löst diesen klicker aus und zwar bricht das dann durch und dann kann es sein dass wenn man zum beispiel ganz fest drückt dass es dann noch geht weil ich ja irgendwann den kunststoff nach vorne drückt aber das ist nicht im sinne des erfinders dann hier ist so ein kleiner pömpel dran und der pömpel soll das eigentlich dann bewegen und hier sind ja in der taste dann die gegenstücke jetzt gibt es mehrere möglichkeiten das zu reparieren entweder ihr habt zum beispiel zufällig jetzt so ein zweifaches und normalerweise sind in jedem zwei stück drin ich hatte eben beim aufmachen schon mal 1 1 raus gemacht dann kann man wenn oben beide gebrochen sind von der zweiten klingeltaste eins nach oben setzen oder wenn es zum beispiel ein einfaches klingeltasten modul ist ist ja unten die blindtaste dieser wobei sieht er nicht bei der allerersten reihe aber bei den späteren auch doppelt belegt das heißt wenn ich das hier aufmachen die sind jetzt die transparenten drin dann habe ich hier zwei stück und kann dann quasi die wenn es oben kaputt wäre dort einsetzen also beim einfachen modul habe ich hier oben zwei und in der blind abdeckung zwei beim zweifachen modul habe ich oben zwei und unten zwei das dreifache modul was es noch gibt das hat leider unter jeder taste nur einen und das vierfache auch die aufteilung bei vier sieht man hier schon angedeutet das ist quasi eigentlich die erste taste die zweite die dritte und die vierte beim dreier ist es noch mal verschoben im zweifel kann man die sicherlich nachbestellen diese diese dinge oder man kauft sich ein schlechtes auf dem zweitmarkt bei den üblichen verdächtigen für einen schmalen kurs muss ja nicht schön aussehen wird ein abgerocktes ding wo ich mir die dinge dann quasi rausnehmen kann und kann die einsetzen und dann ist das tasten modul wieder flott gemacht ich hoffe ich habe euch damit ein bisschen geholfen vergesst kein like und abo und kommentare ich freue mich immer bei kommentaren wenn so reparaturen dann wirklich geglückt sind und dann schreibt jemand noch mal drunter ja super toll hat funktioniert und so weiter das ermuntert auch immer ein bisschen weiter zu machen weil wenn ich dann gar keine kommentare lese bei bei den videos ich meine natürlich auch fragen wenn einer noch technische probleme hat ich kann es nicht zu 100 prozent beantworten aber ich versuche immer die meisten kommentare auch zu beantworten dann schreibt die probleme auch hin versuche ich da mein senf dazu zu geben und wie gesagt und wenn es mal geklappt hat und ihr habt was repariert über meinen kanal dann freut mich auch dann schreibt es vielleicht auch mal unten rein vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer drahtfritzer ciao